Sprechen wir mal Klartext. Also Thüringen hat 16 Milliarden Schulden, die haben im Moment eine Milliarde. Jetzt wird es absurd. Zu einer Veranstaltung, wo es nur um rechtswidriges Abfälten zu viel Unsinn gehört. Also von daher ist das echtes Geld, was an die Länder fließt, was mit... Aber Soli ist schon lange nicht mehr beim Bund, weil sie doch 7% Umsatzsteuerpunkte mitkriegen von 12 Milliarden. Schwierig gegen eine Selbstimagination anzugehen. Wir müssen vielleicht danach mal einen Faktencheck machen. Ja, das machen wir sowieso. In unserem Konzept ist das vorgesehen, dass wir Faktencheck machen.